Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Wir könnten noch Fallen mitnehmen, aber gerade Fallgruben bringen halt wirklich auch einfach nichts bei den Kongadalas hier, weil die einen trotzdem anfurzen. Ja, wir könnten vielleicht versuchen zu schießen, aber ob das trifft? Keine Ahnung. Gegengifte, weil wir im Sumpf sind und ich habe gerade nicht auf die Tageszeit geachtet, aber besser wir haben, als wir hätten. Und verkaufst du zu welchen? Ein paar Blitzkäfer? Irgendwann hätte ich ganz gerne mal wieder mehr als zwei Blitzbomben im Vorrat. Und weil dieser komische Baumstamm halt einfach nicht das gibt, was man haben möchte, muss ich da ein bisschen drüber beten. Gut. Wir haben schon gelernt, dass die Schüsse leider ein bisschen schwächer werden mit höherem Rang. Das heißt, wir werden die Typen nicht wie heiße Butter wegschmelzen können mit ein paar schön gesetzten Explosionen, aber wir werden es natürlich trotzdem probieren. Wenn wir schon mal dabei sind. Warte, wir sind nicht bei World. Ich kann nicht die standarde große Explosionen machen. Schade eigentlich. Wunderbar. Immerhin Wibbernfeuer ist noch da. Ja, schönes Ding, wenn direkt... Oh, ich erinnere mich. Die guten Kongadalas sind leider nicht gut darin zu treffen und springen lieber überall... Oh no, kann ich das blocken? Ja. Sehr gut. Dann kann man auch mal in dem großen Kotzenstrahl drin bleiben. Rülpsstrahl. Ich bin trotzdem... Ich stinke trotzdem. Das macht erstaunlich viel Sinn, wenn man da in so einem Rülpsstrahl drinsteht, dass man leider nicht weiter Dinge essen möchte. Gut, aber es ist alles egal, dass lange nicht mehr Damage bekommen. Nein, ach komm. Das ist so ein beschissener Kampf. Und dann sind auch noch so viele da... Oh, das ist ein ganz schlechter Start. Oh no. Oh no. So, erstmal ganz kurz wegdungen. Wunderbar. Und ich glaube, so ein Maxi-Trank, um ja nicht die 100 zu kriegen, ist, glaube ich, gerechtfertigt. Ja, okay. Du bist gut im Rülpsen. Ich liebe es, dass die Monster auf dem höheren Rang neue Fähigkeiten bekommen. Und ja, das ist für die meisten Zuschauer absolut normal. Ich glaube, das passiert in World auch so. Und Rise bestimmt auch. Das passiert bestimmt in jedem Monster-Halter-Spiel. Aber weil ich so häufig irgendwelche verkackten... Eigentlich sehr, sehr cool. Aber für mich zu schweren Challenges gemacht habe. So wie Ultra-Hardcore. Im Besonderen Ultra-Hardcore. Und ich immer wieder neu angefangen habe. Und ich ist... Oh, das war dämlich. Und ich deswegen nie geschafft habe, wieder im High-Rank zu gehen seit Jahren. Habe ich das komplett vergessen, dass die Monster im High-Rank halt nicht noch mehr Damage machen. Sondern auch neue Moves bekommen und schneller sind. Und das ist... Das ist leider sehr schade. Weil das ist ein sehr integraler Teil des Spiels, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Den ich jetzt einfach wieder neu lernen muss. So wie das der, glaube ich, beim Aufstehen pupst, wenn er wütend ist. Ja, ja, danke für den Segara. Das ist sehr nett. Äh, ich habe übrigens ein... Oh je, im... Das ist das Schilder ist, das beim Theostra ist auch ein bisschen weird. Gut, Theostra hat auch mehr Power. Feuer-Power da hinten, literally. Ähm, oh Gott. Oh Gott. Ja, ich glaube, Gott hilft mir jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, every day we stray further from God. Und ich glaube, gerade bei denen hier sind wir schon wirklich, wirklich weit weg. Ich glaube, Gott schaut hier auf seine eigene Kreation. Die anfängt, ihn mit Kacke zu bewerfen und denkt sich... Äh... Why do? Ich möchte wirklich nicht weggepupst werden. Ich würde mal ganz kurz das Gebiet wechseln. Rube ist eh gepaintet, wunderbar. Da kann ich völlig entspannt einmal wetzen, weil... Wie mir bewusst ist, ich habe ja leider nicht mehr die Schnellwitzen-Skill. Und im Allgemeinen auch ein bisschen weniger Schärfe. Das passt, sehr cool. Wir sollten die Samen mitnehmen. Wenn ich mich hier die ganze Zeit damit beschwerde, nicht zu viel Damage bekomme, sind Samen, glaube ich, wirklich eine schlaue Sache, die man mal ganz spontan nicht vergessen sollte. So, äh, die Trickers-Gewänze sieht ja echt nice aus. Yes, die ist wirklich ziemlich cool. Das muss man auch mal sagen, ähm, das kann Monster Hunter mit vielen anderen Dingen wirklich, wirklich gut diese Waffen 10 von 10 geil aussehen lassen. Und das ist halt nicht nur Gewehrlands. Das sind alle Waffen, die irgendwie super genial dargestellt sind. Ähm, ich meine, du kannst halt einfach... Oh, das... Warte. Nicht, dass wir Feuer einsetzen. Nur weil wir es haben. Heißt nicht, dass wir es machen müssen. Alles entspannt. Und da gibt es wirklich richtig, richtig geile Waffen. Das ist, äh, zum Feiern. Geht der Dude jetzt schon schlafen? Also, ja, wir haben relativ aggressiv gespielt. Deswegen haben wir vielleicht okay viel Damage gemacht. Aber das wäre schon wild, wenn der jetzt schon schlafen würde. Ganz ruhig, mein Freund. Du musst jetzt nicht einen Basarius imitieren und den kompletten Boden zum Vibrieren zu bringen. Ich habe dich auch so bemerkt. Ich habe dich bemerkt und sehr aktiv entschieden, dich zu ignorieren. Okay, er schläft noch nicht. Haben wir das mitbekommen. Aber, äh, er ist tot. Cool. Dann wäre er geschlafen. Okay, wir haben Hard Damage gemacht. Okay, never mind. Monster mit Feuer schwimmen, die werden immer noch einfach nur weggepödert von der Gewehrlanze. Also, das, äh, habe ich actually nicht auf dem Schirm gehabt, dass die so hard reinballert. I don't mind. Ist okay. Nehmen wir mit. Ähm. Ich habe aber den scheiß Grip-Soros davor als Vergleich hatte. Naja. Okay. Let's go. Umso besser, dass ich den Maxi-Trank genutzt habe bei dem Quest, wo ich sie höchstwahrscheinlich überhaupt nicht gebraucht hätte. Aber, ne, lieber vorsichtig sein. Ähm, wir sind jetzt so knapp davor, dass ich tatsächlich dem Monobloss ehrenvoll mein hundertstes Mal geben kann. Ja, was ganz Besonderes. Das sollte man immer in Ehren halten, das hundertste Mal. Ist wie das erste, nur halt mit zwei Nullen. Also, es ist ein Dreier in der Regel. Und das macht Sinn, weil ich mit dem weißen Monobloss, dem normalen Monobloss zusammen kämpfe. Also, ich mit zwei Nullen. Dass das mein hundertstes Mal wird. Das macht absolut Sinn. Jetzt habe ich das so cool angekündigt. Jetzt darf ich wirklich, 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 nicht beim fucking hissen... Ola, mein Freund. Kongalala sterben. Der kam aber auch literally aus dem Nichts. Hallo. Ja, ich stehe auch hier. Man sieht es vielleicht nicht wegen der Kameraeinstellung. Aber ich stehe auch hier. Er ist instant wütend. Cool. Ähm... Ich glaube, das ist eine Kampfansage, die er hier losballert. Was mir übrigens auch aufgefallen ist. Random YouTuber-Informationen, die wahrscheinlich sonst keinen wirklich interessieren. Und die sonst wahrscheinlich noch keiner wirklich mitbekommen hat. Ich finde das super witzig, wie das Gehirn Informationen ausblenden kann. Im Besonderen gibt es hier ja jede Menge Informationen auf diesem eigentlich kleinen PSP-Bildschirm. Die einem zeigen, hey, du hast da eine Lebensanzeige, eine Ausdaueranzeige, eine Zeitanzeige. Du hast eine Karte, die wenn du eine Karte hast und nochmal ein gutes Stück größer ist, wenn du die Karte nicht aufgesammelt hast. Du hast deinen Namen, den Namen deiner Katze, Effekte, die mit aktiviert sind. Und in späteren Spielen sogar noch die AP deiner Mitspieler, die da mitstehen. So, das ist halt wirklich viel Information. Und, ne, was soll ich sagen? Man blendet die halt wirklich effektiv aus. Woran ich das merke ist, ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass ich die Monster perfekt im Bild habe. Eigentlich fast immer versuche irgendwie, das mit drauf zu haben, mitzusehen. Am besten mittig auf dem Bildschirm zu haben. Und nicht verdeckt. Damit ich ja sehe, was das Monster macht. Macht ja absolut Sinn. Und dann versuche ich Thumbnails zu machen. Und ich habe nicht einen Moment gefunden, wofür dieses Thumbnail tatsächlich ein Monster ohne eine Hut-Anzeige drüber ist. Und das ist halt schon so, the fuck, wie gut blendet mein Gehirn das aus, dass ich denke, jo, ich sehe das Monster immer, dass ich dann irgendwelchen Thumbnails das nicht hinbekomme. Und ja, irgendwann finde ich dann in der Regel was, wo es gerade am Beginn des Kampfes ist, wenn man hinrennt, dann voll ist. Aber im Kampf, versucht man im Kampf einen Moment zu finden, wo ich halt eine coole Szene habe, wie ich cool vielleicht dastehe oder so. Und das Monster nicht überdeckt ist. Oder, keine Ahnung, nur ein Bein vom Monster zu sehen ist oder so. Das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Und das macht Sinn, Papa. Macht bestimmt Sinn. Ich habe mir trotzdem vorgeführt, wie es aussieht, wenn ich mein Gehirn abfeuere. Man muss ja mal zeigen, was man hat. Wenn man so die lange Lanze rausholt, kann man sie auch mal benutzen. Aber das scheint ihn einfach nur weggehegelt zu haben. Schade. Ich glaube, glaubst du, in den nächsten 10 Jahren wird KI uns überschatten? Und falls ja, nein, wieso? Sehr nette Frage. 10 Jahre sind auf technologischer Ebene, oh no, easy, eine sehr lange Zeitspanne tatsächlich. Wenn man überlegt, wie viele Fortschritte KI in den letzten paar Jahren getan hat, jetzt wo auch so mehrere Firmen tatsächlich Sachen sammeln, um die KI voranzubringen, würde das natürlich nochmal ein gutes Stückchen schneller gehen und auch wirklich ein gutes Stückchen schneller voranschreiten. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass KI die Intelligenz im Namen irgendwann verdient. Das Problem ist, so wie KI momentan programmiert ist, ist es eine interessante Definition von Intelligenz. Weil was es ja im Großen und Ganzen macht, ist es ja Mustererkennung. Und ja, man kann sagen, Mustererkennung ist in der Tat auch das, was wir als Intelligenz bezeichnen. Also es ist in der Tat eine intelligente Sache, wenn du siehst, ah, gucke mal, dieser Pixelbrei da vor mir sieht aus wie ein pinker Affe, was ja allein schon eine Abstraktion ist, ein pinker Affe, what the fuck. Und dann auch noch, wenn irgendein Pixelbrei dafür erkannt wird, ist es schon eine Mustererkennung, wo man Dinge zusammenführen kann. Es ist schon eine Art von Intelligenz, obviously. Aber die Frage ist, ob Intelligenz irgendwann tatsächlich auch was... Oh no! Nein! So close! Und dann wurde ich einfach im fucking Affentheater umgeafft. Wie beschissen ist das denn? Oh, so beschissen, dass die Hunde nicht mal mehr reinpasst. Ah, du bisschen, du hast dich abgelenkt. Was soll das denn? Ah, belastend. Also ich habe die Kaki schon überholt. Kappa. Danke. Danke. God fucking damn it. Oh no! Es war so close davor. Er dachte mir, du gibst bestimmt eine gute Antwort, weil du irgendwas studiert hast. Genau, irgendwas studiert. Weil wir nicht im Studium schon... Also in... Unter Physikern häufig drüber geredet haben, was denn nun wirklich Intelligenz ist. Und das... Genau. Das heißt, dementsprechend ist die Frage, ob diese künstliche Intelligenz jetzt etwas Neues erschaffen kann. Weil ansonsten würde sie einfach nur Remixe von Dingen machen, die schon da sind. Und das ist in der Tat momentan bei irgendwelchen... Ähm... Muhahaha... Bei irgendwelchen rechtlichen Dingen sehr fragwürdig. Zum Beispiel jetzt, wenn man ein Paper erstellt. Also irgendeine Veröffentlichung. Muss man mit angeben, dass man KI genutzt hat. Ein Grund dafür ist tatsächlich, dass momentan einfach die Rechte noch überhaupt nicht geklärt sind. Denn... Ähm... Beispielsweise, du lässt ein Bild erstellen von einer KI. Dann macht diese KI eine Mustererkennung. Heißt, sie schaut, was habe ich gefunden. Keine Ahnung, wenn du sagst, machen wir ein Bild von Homer Simpson. Dann sucht sie in ihrer Datenbank, im Internet, was zur Hölle ist eigentlich Homer Simpson. Findet da sehr, sehr viele Bilder von irgendwelchen gelben Menschen. Und wird dir ein Bild von irgendeinem gelben Menschen ausgeben. Der wahrscheinlich sogar... Was? Alter, was ist denn jetzt los? Der sogar im Stil von den Simpsons wahrscheinlich... Alter, auf der Nase rum tanzen ist ja gar kein Ausdruck. Er schmeißt sich einfach auf mich drauf. What the fuck? Ich dachte, er ist schon längst tot. Deswegen habe ich so... Lachs gespielt. Die fucking KI-Frage macht mich fertig. Ich bin scheinbar wirklich schon überflügelt von dieser... Künstlichen Kampfintelligenz hier. Der KKI. Die KKI. Fuck, das passt gut. Ah, die KKI macht mich fertig. Naja gut, und... Diese KI, nicht die KKI. Das heißt, was sie sich anguckt, sind Bilder von anderen und macht daraus ein Neues. Aber urheberrechtlich hat sie ja grundsätzlich noch die Sachen der alten Künstler genommen. Heißt, wenn ich jetzt Rechte geben möchte, wenn ich jetzt Rechte geben möchte, an diese KI hat das gemacht, gebe ich der KI die Rechte, weil die es zusammengemischt hat. Und viele Dinge, die wir Menschen erstellen, sind auch einfach nur zusammengemischt aus Dingen, die früher schon Leute getan haben. Keine Ahnung, äh, Thor von Marvel ist auch einfach nur... Shakespeare ist falsch. Ähm, hier Sturm und Drang. Schiller hieß da, glaube ich, die Räuber. Schiller ist die Räuber einfach nochmal neu aufgelegt. Und das ist auch einfach nur König der Löwen oder andersrum. Und zwar in unserem Foto kannst du es weiterspinnen. Das sind so die Dinge, die einfach remixed werden. Grundsätzlich selbes Konzept, aber nochmal leicht geändert, um woanders Ziel draufzulegen oder was auch immer. Ähm, sowas halt. Ähm, das... Ist das dann schon was Neues oder ist das dasselbe nochmal? Und wenn es dasselbe nochmal ist, nur gleich geändert, muss ich dann sagen, wie wenn ich jetzt ein Meme mache und 30 Sekunden von einem Video mit rein tue irgendwo, muss ich auf YouTube auch sagen, das ist übrigens das Video da, das habe ich genommen. Ähm, das hat mir die Rechte gegeben, das zu nehmen, aber was ist, wenn die mir die Rechte das nicht gegeben haben? Ne, darf die KI das dann mit nutzen oder muss ich, wie gesagt, die KI mitzitieren und sagen, KI hat das getan? Ähm... Das heißt, das ist einmal das rechtliche Ding dahinter. Und was da jetzt dazu liegt, ist genau dieses, würde es uns überflügeln, hängt ganz davon ab, ob es irgendwann selbst etwas erstellen kann. Wenn es das nicht kann, dann würde es uns auch nicht überflügeln. Es wird definitiv sehr, sehr viele Berufe obsolet machen. Äh, da gibt es tatsächlich eine Liste, äh, da haben ein paar, äh, Wissenschaftler aufgestellt, welche Berufe als erstes wegfliegen, wenn KI immer größer wird. Und ich glaube, der Eram, ich weiß gar nicht mehr, ob Künstler da eins der ersten oder eins der letzten war. Hängt ganz davon ab, wie du Kunst definierst und ob du sagst, yo, Kunst ist halt auch das Remixen von alten, dann kann dann KI relativ schnell Kunst erstellen. Oder dieses neue und wirklich, ich denke mir etwas dabei. Ich will eine Message rüberbringen mit dem, was ich tue. Ob das KI bald kann, ist wirklich eine wichtige Frage. Die wir uns auch stellen müssen, ähm, ganz anderes Thema, äh, rechtemäßig. Wenn wir dann sagen, hey, wir haben künstliche Intelligenz, das ist eine Intelligenz. Sollte dieser Roboter, der mit KI läuft oder die KI im Internet, Rechte haben, wie zum Beispiel Urheberrechte, äh, oder nicht? Haben die Emotionen, lassen wir dieses Imitieren von Emotionen, sind das Emotionen oder nicht? Das sind große Fragen, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, aber das haben wir alles noch nicht. Ähm, das heißt, die Antwort ist, es ist komplex, wie es leider so häufig ist, besonders auf Facebook-Beziehungsstatis. Äh, ich persönlich vermute, das ist eine gute Frage, ich finde es super cool, was KI jetzt schon kann, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich sehe großes Potenzial, dass die noch sehr hilfreich wird, aber halt entweder tatsächlich so, dass du Roboter baust, die eine künstliche Intelligenz haben, funktionieren, rumlaufen und, ne, so ein bisschen iRobot-mäßig. Oder aber auf jeden Fall als, als Werkzeug zur Unterstützung. So wie JTGPT jetzt, was ja JTGPT wirklich gut kann, ist, dass du es hast und sagst, guck mal, ich möchte jetzt hier, ähm, diesen Code generieren und so weiter und so fort. Ne, wenn es das schon mal gab, kannst du JTGPT da was einigermaßen Gutes erstellen, da musst du vielleicht nochmal drüber gucken, weil die KI nicht perfekt ist, aber im Großen und Ganzen kannst du Code erstellen lassen, du kannst Bilder zeichnen lassen. Alles, was schon mal da war, kannst du wieder machen lassen. Heißt, Tasks, die immer wieder gemacht werden müssen, so wie an einem Fließband, Dinge irgendwo drüber ziehen oder abscannen, werden auf jeden Fall demnächst ersetzt werden. Ganz viele Jobs werden da wegfliegen, was eigentlich gut ist, wenn man es paart mit einem, ähm, bedingungslosen Grundeinkommen, weil dann kann der Mensch einfach Mensch sein, weil Maschinen machen die Arbeit, alles gut, alles easy und du kannst Dinge tun, die dich selber beflügeln, worauf du Bock hast. So, das wäre eine schöne Zukunftsmalerei. Ob das nun wirklich so wird, mal schauen, vielleicht sind auch alle Menschen, so wie bei Wall-E, sitzen irgendwo drin, schauen im Fernsehen, werden fett und sterben dann und sind nur zur Repopulation bedingt etwas zu tun. Also, so, ähm, ich persönlich denke, sie werden, wenn man es hinbekommt, dass sie wirklich etwas Neues erschaffen, auf jeden Fall aufholen und vielleicht auch irgendwann, ich meine, das wäre ja natürlich so ein Zukunftsszenario hoch 10, wenn man sagt, hey, gucke mal, die, ähm, werden dann uns ersetzen und sind so unsere neue Generation Mensch, aber das, das werden wir sehen, dafür müsste erstmal Chit-Chit-PT, ähm, wenn man ihn fragt, hey, was im Jahr 1990 passiert, und sich nicht wilde Dinge ausdenken müssen. So, jetzt habe ich ganz viel geredet und eigentlich wollte ich den Stream beenden und jetzt haben wir ganz viel Chat nachrichten, äh, die Kongadalla KI ist, wir weit überlegen, wie es scheint, yes, aber machen wir Menschen das nicht genauso und ich behaupte auch, oh komm, wir machen doch eine Quest, ähm, wir machen doch eine Quest, ähm, wir machen doch eine Quest, ich will jetzt über KI reden, I'm sorry, ähm, das hat mich jetzt gehuckt, haben wir noch irgendeine leichte Quest, ich würde jetzt nicht die beiden Monoplosse machen wollen, tatsächlich, wir haben eh schon 101, äh, Hochboot-Counter, ähm, da ist das relativ egal, haben wir irgendwas, hau den König-Chakalaka, da werden wir bestimmt in keinster Weise Probleme bekommen, na, doch nicht bei einer Chakalaka-Quest, also wirklich, fahre ich auch noch in der Arena, das wird so schief gehen, so groß ist eine gute Idee, da drehe ich mich einfach ein paar Mal wild und dann, dann wird das schon, so, ähm, ähm,